Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen ist eine am 5. Dezember 1981 im niederbayerischen Rottal gegründete Vereinigung. Mit Sitz im hessischen Witzenhausen, Standort der Agrarwissenschaften an der Universität Kassel, die sich die Erhaltung alter Haustierrassen zum Ziel gesetzt hat. Die derzeit etwa 2.100 Mitglieder entstammen einem breiten Spektrum von interessierten Landwirten, Nebenerwerbslandwirten, Hobbyhaltern, Agrarwissenschaftlern, Tierärzten mit oder ohne eigene Tierhaltung. Innerhalb der G gibt es einzelne Regionalgruppen. Aufgabenschwerpunkte sind Erhaltung alter, traditioneller Nutztierrassen. Schwerpunkt ist die Lebenderhaltung. Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gefährdete Nutztierrassen. Beschreibung der aktuellen Eigenschaften und Leistungen der Rassen. Ervorheben des kulturhistorischen Wertes. Proklamation der regionalen Besonderheiten der heimischen Rassen. Einbinden der Rassen in die offizielle Herdbuchzucht. Zusammenarbeit mit der Verwaltung im Bereich der Tierzucht. Mitarbeit bei politischen Maßnahmen zu tiergenetischen Ressourcen. Internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen. Das Motto lautet erhalten durch Nutzen. D. H. Die gefährdeten Haustierrassen sollen durch geeignete Nutzungsformen einen kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wert behalten. Seit 1984 kürt die G die gefährdete Nutztierrasse des Jahres. Mit dieser Auswahl soll exemplarisch auf die Situation des Verlustes der Vielfalt im landwirtschaftlichen Umfeld aufmerksam gemacht werden. Im Jahre 1995 wurde von der G. ein Archehof-Projekt ins Leben gerufen, in dem anerkannte Mitgliedsbetriebe Archehöfe gefährdete Haustierrassen halten und züchten. Zurzeit gibt es ca. 100 Archehöfe in ganz Deutschland. Die Ausweisung sogenannter Arche-Regionen, Arche-Dörfer und des Arche-Parks entstanden in Anlehnung an das Archehof-Projekt und stellen in besonderer Weise die Öffentlichkeitsarbeit zu den gefährdeten Rassen in den Vordergrund. Verdiente Züchter gefährdeter Rassen werden von der G. als Arche-Züchter ausgezeichnet. Durch ehrenamtlich tätige Mitglieder wird ein Informationsaustausch und eine Koordination der Züchter gefährdeter Rassen auch über Ländergrenzen hinweg sichergestellt. Für die Mitglieder werden Workshops, Exkursionen, Literatursammlungen und weitere Informationsmöglichkeiten angeboten. Die G. bearbeitet und betreut interne und öffentlich geförderte Projekte in Zusammenhang mit gefährdeten Nutztierrassen. Hauptthemen sind hierbei Vernetzung der Zucht. Nutzungsmöglichkeiten und Förderung von traditionellen und Erschließen von neuen Nutzungsmöglichkeiten von gefährdeten Rassen. In Tierausstellungen, Pressemitteilungen und mit Informationsmaterial wird die Öffentlichkeit auf die Problematik von aussterbenden Haustierrassen und deren Erhaltung aufmerksam gemacht. Der Verein bringt viermal jährlich die Mitgliederzeitschrift Arche Nova heraus, die sich mit vielen Aspekten gefährdeter Nutztierrassen befasst.